so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es die xxl von classic das sind richtig geile bombenrohre ihr habt ja bestimmt mein tosch büro bombenrohre video gesehen ich kann jetzt nicht sagen ob die genauso krass sind oder vielleicht sogar krasser oder schlechter aber müsste ungefähr rankommen okay die sind vielleicht so geil wie die toschis haben wir hier die storm was ist das hier gabel die gabel big king big king ok war als erstes gabel und excalibur und machen wir jetzt fangen an und k3 oder k3er k3 genau mit hier soll ich anbauen ja klar los richtig edel ok was haben wir die storm und wir schauen ob die auch wirklich sturm macht ja ich denke schon ja acht euro habe ich bezahlt für die süßen teile richtig geil aber da fehlt noch der feuertopf aber die sind bis jetzt hier so richtig geil jetzt excalibur gucken was jetzt kommt vielleicht so blaue sternen wirklich alles top also immer die letztendlich am besten wie king lol wieder wie beim bürger die king los geht es jetzt kommt das big king von berlin richtig edel die teile alter kaufe empfehlung jungs 8 euro bisschen teuer aber dass ich ein bisschen untergehen dann haben wir ja so wie bei zwei ich hab die Person 218 und ich hab mich auch zu dir ich bin ja ich bin ja ich bin ja Vielen Dank.